Oh, hey, Schatz, könntest du vielleicht deine Sachen wegpacken? Ja, aber es wäre richtig toll. Und dein Scheiß ist voll langsamer. Wo deine Hose ist? Warte, ich komm, Schatz, ich zeig's dir. Augen auf! Für jedes Mal, wo du mich jetzt was fragst, wo was ist, gibt's 5 Euro in so ein Glas. Hast du gerade geforzt? Puh, warte. Hat eine leichte Apfelnote. Hattest du heute einen Apfel? Boah, hast du wieder einen fahren lassen? Boah, das riecht doch, als wäre vor 3 Monaten Waschbeeren hier gestorben und würde gerade verroschen. Bäh! Na, Schatz, wie findest du meine neue Strickjacke? Oh, ja, ich find die auch voll schön. Schön, dass du die gut findest. Na, Schatz, guck mal, wie findest du meine neue Strickjacke? Wie die sieht aus wie von einer Dame Ü95, die gerade beim Bingo sitzt. Ich liebe dich auch. Komm, wir gehen. Was hab ich vergessen? Mein Krägerstück hab ich vergessen. Oh, du bist auch immer so lustig.